Tut das, was ich ja gerade mit dieser Welt tue, auch mit dem Abo-Button und sprengt ihn! Schön! Drückt so auf drauf, bis er explodiert! So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Und heute ein ganz spontanes Video, so spontan, dass ich das trotzdem aufnehme, obwohl irgendwie gerade mein Skin nicht leert und ich gerade auf keine Server draufkomme. Wir sind hier direkt nach dem Livestream, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber auf einmal hatten wir eine riesige Menge an Abonnenten. Und deswegen möchte ich ankündigen, dass es bei 100 Abonnenten eine Facecam gibt. Dann wird irgendwo hier unten eine Facecam sein, wo ihr mich seht. Ich habe es schon teilweise im Stream ausprobiert gehabt, aber es fehlt genau noch ein Abo, ein Abonnent. Deswegen tut das, was ich ja gerade mit dieser Welt tue, auch mit dem Abo-Button und sprengt ihn! Schön! Drückt so auf drauf, bis er explodiert! Und dann bekommt ihr die Facecam! Ich hoffe, das wird dann auch gut funktionieren. Ich weiß nicht genau, wie genau, aber wir waren schon da, haben auch funktioniert. Und deswegen denke ich, werden wir es schaffen. Es wird ein Abonnent! Wer wird von euch der eine Abonnent sein, der es voll macht? Weiß ich noch nicht. Vielleicht macht ihr es ja auch während einem Livestream voll, falls ich irgendwann mal live gehe. Habe ich keine Ahnung. Aber ja. Deswegen drückt den Abo-Button und sorgt dafür, dass er in die Luft fliegt. Weil ihr so viel so oft drauf drückt, weil ihr ihn so kaputt macht, weil ihr, ja, weil wir die 100 Abonnenten schaffen. Würde mich enorm freuen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, trotz des Fehlers bin ich raus. Und ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Macht's gut, bis 6 Mal und ciao.